einen wunderschönen willkommen zurück zu einer weiteren folge von lice suit larry what dreams don't dry wir sind ab hier angekommen haben becky gefunden aber eigentlich eigentlich wollen wir den drama finden dann gehen wir hier ein ok sticks ich gucke mich erst mal um hier ja waldraut hallo waldraut 1000 dollar eine fotowand mit einem romantischen sonnenuntergang das wäre doch was das wäre doch das wäre doch genau das moment genau das wäre das für dick rider und ein kleiner junge was eine kleine prinzessin und eine dicke nacktschnecke warum soll so was 1000 dollar kosten 1000 dollar für eine actionfigur und was ist hier five nights at freddy ist aber ein bauer hier ist nicht mal ein läufer also das hat ja verdammte ähnlichkeit mit wie heißt das schaffigur erinnert mich an irgendwas ich komme nicht drauf ich auch nicht ich auch nicht ich komme überhaupt nicht drauf ich nehme erst mal den flyer ab der dahin gut so und eins weniger den flyer was hat er denn jetzt aufgenommen hier steht irgendwas darüber dass durch so genannte e-zigaretten die gehirnströme der menschen kontrolliert werden ok eine verschwörungsbroschüre ich denke dass dieses stück ausgefeilter technologie dazu da ist ein buch zu halten ein labberiges altes würstchen sieht nicht sehr appetitlich aus kann man hier vielleicht das andere kühle reinlegen das ist gut so wie es ist okay kann man nicht wer lässt denn so etwas unbewacht rumliegen ach so der diamant ist nur aus plastik trotzdem sehr scharfkantig hinweis hinweis im imitat aber die kante ist messer scharf okay danke für den hinweis was das hier altar ist verschlossen und die gräber nicht auf richtig aber vielleicht mit dem hier das hilft mir nicht schade damit besser nicht da muss ein buch drauf das buch im hipster laden was das ja nein ich traue mich nicht näher an ihn ran gruselig wie können leute sowas mögen tja gibt ja welche die sowas spielen was das hier oben ein kerzen ständer sind kerzen ständer ziemlich nutzlos dann damit fehlen noch die kerzen er hat eine herzform der steht gut ich weiß okay wir gucken uns erst mal um die fotowatt ist klar was das hier eine münz präge maschine steht pier 69 war früher eine piraten hochburg die piraten häuften etliche mengen an schätzen an darunter auch berge von antiken gold dublonen lassen sie sich hier eine replik einer solchen dublone prägen werfen sie einfach ihr altgold in den automaten und drehen sie die kurbel sieht mir nach einer touristenfalle aus wie der rest der stadt ja da haben wir doch was da haben wir doch was komm ein damit sollte gehen das ist ja sehr altes gold ja die maschine hat den zahn zu einer münze geprägt hast du die schon tatsache replik einer alten dublone nein ihr seid gemein monkey island 3 dass das menü aktivitätsmenü anfassen benutzen wie auch immer angucken anlecken sie anlecken da kann die zunge raus und hier angucken sprechen hier stand etwas mit dem dollar so was habe ich hier noch drei band drei beiniger bandit ist und hauptstrom kaputt geht funktioniert die maschine nicht mehr da hat sich wohl auch schon ein nageltier dran zu schaffen gemacht hat es aber nicht ganz durchgebissen okay dafür haben wir handschuhe ziemlich ramponiert lange hält das nicht mehr durch oh nein mit solchen teilen habe ich schlechte erfahrungen gemacht das habe ich schon als kind gehasst vielleicht auch schade warum eigentlich lukas warum nicht das stimmt verflucht das ding klemmt das teil müsste mal geschmiert werden geschmiert haben wir schmieren der corndog oder besser nicht der könnte wir das laschi besser nicht auch nicht schmieren soja milch das hilft mir nicht schade so das ist ein rauch natürlich so lässt sich muss man erstmal an einem materpfahl stehen können ja er kann es ja ich bin larry leffer und ich wette du heißt jumi wolf sag mal geht's noch dir ist schon klar dass du ganz tief in die klischeehafte und rassistische schublade greift guck mal ein rauchender indianer der hat sicher einen namen mit qualm und tiernamen ich wollte nicht unhöflich sein wie heißt du denn ach du jetzt kommt es klischee smoky beer wo was machst du so lass mich raten du vermutest jetzt dass ich hier glücksspiel veranstalte so wie wir das damals in unserem reservat durften richtig drei dollar auf rot naja jedenfalls gehört mir tatsächlich das älteste casino von new lost wages es ist aber nur ein böses gerücht dass meine vorfahren es auf einem alten indianer friedhof gebaut hätten und alle deswegen immer verlieren okay du hast aber eine komische zigarette hast du noch nie eine e friedens pfeife gesehen e wie extrapulations annäherungskurve genau e wie elektrisch bist du ein roboter du bist wohl echt von gestern eine elektrische zigarette verdampft ihre inhaltsstoffe und kommt ohne nikotin aus die modernen flüssigkeiten die verdampft werden bestehen aus ganz natürlichen zutaten kann ich diese e zigarette haben auf keinen fall mein körper braucht diese organischen stoffe die die zigarette verdampft ich habe noch nie gehört dass diese e-zigaretten irgendwie schädlich sein sollten okay was machst du so lass mich raten du vermutest jetzt ja 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 auf so eine klischee hafte idee würde ich nie kommen naja jedenfalls gehört mir tatsächlich das älteste casino von alles gut alles gut wir reden erst mal mit ihnen weil ich denke mir wir müssen das kabel katten die stimme die stimme die stimme oh gott ich muss nachschlagen die ist bekannt die ist in adventure bekannt stix wer will das wissen ich bin larry larry leffert limma schickt mich bist du stix ja lass mich in ruhe ich mag ja die stones du siehst total wie ein rocker aus danke tröste dich mir geht's mit dem dauernd so limmer ist ein heißer feger was eine nervensäge stix hör auf mit den pferdewetten stix hör auf mit dem hütchenspiel stix hör auf mit dem hot dog wird essen sie lässt mich einfach nicht die person sein die ich bin schlagzeug hat ja kaum was mit musik zu tun naja stimmt wohl immerhin ist es laut komm mit lemma wartet auf dich auf keinen fall sie will dass wir in dieser grässlichen hipster bar auftreten da gibt's kein bier da gibt's nur smoothies wenn lemma sich dem kapitalistischen schweinesystem hingeben will ohne mich du kannst dir ausrichten dass ich aus der band aussteige äh guck mal warum warum ist das spiel verkehrt drauf sein tattoo du kannst dir ausrichten dass ich aus der band aussteige ich glaube nicht ich glaube nicht tim komm mal hier besser nicht auch kommen wir auf von außen komme ich nicht dran es sind drähte davor und ich brauche den seitenschneider den busch schneider brauche ich verdammt ich wir sollen jedenfalls sagen aber wir haben auch die münze warte mal komm 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 da können wir uns schon mal drum kümmern und zwar ne quatsch hier äh da die hat er genommen ja ok was will ich denn kondome mit was vibratomizer 100 tschechuan soße da ist nichts im ausgabeschacht wo die soße drauf laufen soll ich will die erst zappen wenn ich auch etwas habe worauf die landen soll ich glaube das ist genau das die moment das hilft mir nicht auch kommen dann das hier ist gut so wie es ist schade man kann es mit dem schutz auch übertreiben hier keine abkühlung notwendig das hier ja das passt da rein oh du bist böse du bist böse ich weiß doch noch nicht warum so dick butter drauf nostalgischer ja ok 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 ups die soße lässt das würstchen einigermaßen genießbar aussehen aber wer würde das essen wollen becky nee betty becky wie auch immer ähm warte mal wir wir haben was haben wir denn noch ring moment 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 mir verfällt gerade was ein wenn man plastik glas schneiden will braucht man einen plastik diamanten ist doch völlig logisch ja logisch mir ging es jetzt einfach nur darum er hatte eine scharfe kante jetzt können wir die schadeln dieb nimm das ding ruhig mit larry ich kann es nicht mehr hören da ist ein furchtbar hoher ton drauf bei dem zahlt keine versicherung ok warum bekommen wir den hinweis jetzt erst also mit der schallplatte war ja fast klar dass wir die brauchen werden aber mit einem merkwürdigen sehr hohen ton ok das heißt äh ich gehe jetzt hier raus nehme das unter und äh fahre zu den hipstern das ist gut so wie es ist perfekt jetzt kann ich die platte abspielen na dann feuer frei oh das geräusch hat die glas vitrine zerschmettert und keiner kriegt was mit ich nehme das mal mit ok das buch ist bestimmt selten wenn nicht selten dann wenigstens alt das können wir im am pier unter unterbringen da ist kaputt äh leute hallo willkommen im salon wir sehen uns später so dann sagen wir ihr er will nicht mehr ich habe schlechte nachrichten was stix sagt dass er aus der band aus steigt dieser verfluchte zocker lässt mich einfach so hängen dabei könnte der nächste gig unser durchbruch sein ok das war's die band ist geschichte ich habe keinen drummer mehr und meine gitarre ist auch noch geklaut worden ohne die gitarre fällt das konzert ins wasser gibt noch nicht auf vielleicht kann ich noch etwas ausrichten ich werde schon rausfinden wo die gitarre ist Ich lasse mich gern von dir überraschen. Okay. Okay. Die Gitarre, Leute. Da ist sie doch, da drüben. Willkommen im Salon des Lezards. Okay, wissen sie nicht. Wissen sie nicht. Aber hier. Die Gitarre wurde gestohlen. Die stammt aus einem Nachtclub namens Hells Porn. Die Adresse steht hier auch. Hells Porn wurde zuunter hinzugefügt. Da bin ich gespannt. Hells Porn. Wir gucken mal, was hier im Inventar ist. Die Streichholzschachtel trägt das Logo des Nachtclubs Hells Porn. Das Höllenbauern. Porn ist doch der Bauer. Ui. Oh, ich glaube, da gibt es fecken Beat da unten. Da ist sie. Oh, ey, ey, ey. Warte mal. Erst mal gucken. Halt. Wisst ihr, wie das gerade klingt? Wie der Beat von... Nur noch ein Poster übrig. ...von Blade. Oder, äh, ähm, ich komme gerade nicht auf das Spiel. Äh, äh, nur noch ein Poster übrig? Echt? Ich muss nur noch ein Poster für Lemmas Konzert aufhängen. Hinter den Gittern ist eine Gefängniszelle. Da sitzen bestimmt ganz schwere Jungs ein. Bestimmt. Ich möchte nicht in das Gefängnis einbrechen. Brauchst du da nicht. Zieh's ab! Früher war die Polizei aber freundlicher. New Lost Wages Police Department. Fist of Justice. Das New Lost Wages Police Department. Sehr einladend. Hm. Hier oben wollte schon jemand aussteigen. Oh, oh. Ladies stehen auf Blumen. Oh. Oh, hier geht's ja weiter. Ach, dafür gibt's... Können wir die Ratte locken? Das ist gut, so wie es ist. Äh, das hier. Die riechen so schon genug nach Gummi. Das würde es nicht zu einem würdigen Angelersatz machen. Oh, da hinten. Ballon. Ähm. Womit könnten wir die Ratte hier in der Papprolle... Das hilft mir nicht. Besser nicht. Okay. Äh, später, später. Hier ist so... Ah, guck mal, hier ist ein Rohr. Nimm mit, nimm mit. Damit können wir das reparieren. Bei Lefty. Oh ja, das, das ist gut. Da können wir endlich die Biermaschine reparieren. Ein dickes Rohr kann man immer brauchen. Na klar, kann man ein dickes Rohr. Und ein Abflussrohr, sicher auch. Ja, definitiv. Ähm, übrigens, äh, CB. CB? Hey, wer bist du? Was willst du? Hallo, ich bin Larry. Larry Leffer. Zeppe. Zeppe? Nein, Zeppe. Tut mir leid, ich spreche kein Kanadisch. Das ist... Ach, vergiss es. Ist Türsteher eigentlich ein Ausbildungsberuf? Wenn man es richtig lernen will, klar. Ich war aber nur in Abendkursen. Sag's nicht weiter, aber ich habe sogar eine Brustverbreiterung machen lassen. Was? Was ist das für ein Schuppen? Jetzt sag bloß, dass du nicht den angesagtesten Club der Stadt kennst. Du meinst Lefties. Du meinst Lefties. Hells Porn. Der Club der Reichen und Schönen. Du bist offensichtlich weder noch. Hm, Ken schickt mich. Ken schickt mich. Wer? Sorry, Instinkt. Hä? Was passiert denn da drin? Exklusive Sachen. Zu exklusiv für jemanden wie dich. Der Club könnte froh sein, jemanden wie mich als Gast zu haben. Einigen wir uns auf. Nein. Aber wenn du jemanden kennst, der hier eine exklusive, außergewöhnliche, delikate Performance liefern könnte, sag es mir. Wir sind immer auf der Suche nach unverbrauchten Show-Acts. Also, ich kann... Unverbraucht! Ich weiß, wer... Die Gitarre hier ist gestohlen. Was? Kann gar nicht sein. Ich hab die Gitarre rechtmäßig gekauft. Äh. So ein Quatsch. Sie wurde Lämmer gestohlen. Ich kenn überhaupt keine Lämmer. Ich habe die Gitarre von der netten älteren Dame aus der Leisure Suite. Frag sie ruhig. Sie wird es dir bestätigen. Aha. Deswegen sind auch die... Ah, okay. Äh. Ja. Aaron wäre perfekt für den Job im VIP-Bereich. Aaron? Nie gehört. Was kann die so? Sie zeigt halt... Naja, weißt schon. Und dann macht sie so... Alles vor der Kamera. Aber sie möchte auf die große Bühne. Ich müsste mich vorher schon von ihrem Können überzeugen. Sie hat eine Show im Internet. Sie hat eine Show im Internet. Ach, dem Internet vertraue ich nicht. Aber nicht mal so ein P-Phone. Da hat er den hier. Komm mit und schau dir die Show live an. Ich bin der Türsteher von Hells Porn. Verlasse ich auch nur kurz meinen Arbeitsplatz? Das ist nicht gut. Guck mal hier. Jar Jar Binks da hinten. Vertrau mir einfach. Ich weiß, was gut ist. Wenn ich mir dich so anschaue, kann ich mir das nicht so ganz vorstellen. Och, komm. Versorge mir einfach irgendwas, damit ich sehen kann, was sie bietet. Am besten wäre eine Kostprobe ihrer Show. Ich komme später wieder. So, warte mal. Wir müssen so oder so hier rein? Apropos Dick. Ich weiß nur, wo wir das Foto schießen können. Na, dann schieß mal los. Äh. Pier 69 steht für Passion. Larry, ich könnte dich küssen. Das Licht dort ist um diese Zeit perfekt. Bald ist die goldene Stunde. Oh, dann nichts wie los. Du bist ja stürmisch. Der Ort weckt in mir leider einige traurige Erinnerungen. Oh. Vielleicht kann ich ja helfen, dass du eine neue, schönere Erinnerung bekommst. Wenn ich heute etwas gelernt habe, dann, dass man nicht zu sehr der Vergangenheit nachhängen sollte. Von der Art, dass du einer wegfliegenden Sexpuppe nachgerannt bist. Nein, hier. Vielleicht kann ich ja helfen, dass du neue, schönere Erinnerungen bekommst. Du bist nicht nur witzig und gut aussehend, du bist auch noch weiser. Der Unter geht auf mich. Aber ich muss wieder die ganze Arbeit machen und den Unter rufen. Augenblick. Nichts spricht gegen Sex mit der Ex und ich kann dir helfen, die Begegnung möglichst angenehm zu gestalten. Es ist komplizierter, als du denkst. Bevor meine alte Liebe nicht dort abhaut, habe ich heute leider kein Foto für dich. Dann sorge ich mal dafür, dass sie von dort verschwendet. Wir klären das hier drüben noch mit ihr. Unterwäsche wie konservativ. Jedenfalls hatte sie nur die Gitarre zum Eintauschen und ich habe mich breit schlagen lassen. Ähm, warte mal. Hast du letztens eine Gitarre? Kein Moment. Die Pfandleiher. Aber hier, hier. Die mit Löchern drin. Jedenfalls hatte sie nur die Gitarre zum Eintauschen und ich habe mich breit schlagen lassen. Ich komme später wieder. Pfandleiherin. Siehe rüstiger aus als du. Seine Herzfrequenz und sein... Jajaja. Die Pfandleiherin. Wo, 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 wo gibt es denn die Pfandleiherin? Ach, übrigens, wir haben hier deinen Kumpel oder Chef gefunden, ne? Hey! Okay, gar nicht. Nicht stark. Immer! Die 5th Gym ist aufschließlich für Mitglieder. Okay. Aber warte mal, wir können... Das probiere ich noch schnell. Ähm... Ich habe deine Gitarre gefunden. Du hast sie? Nein. So ein Typ hat sie anscheinend gekauft und glaubt nicht, dass sie gestohlen wurde. Was? Dann musst du diesen Kerl vom Gegenteil überzeugen. Okay. Ich überlege mir was. Bis nachher. Oh Gott, jetzt sehe ich das hier gerade. Das ist ein Oberkörper... Busen. Mit was drin. Zum Naschen. Ähm... Ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Ähm... Pfandleiher. Haben wir noch nicht. Ähm... Wir können... Moment, das machen wir aber schnell. Wir reparieren. Wir reparieren. Wir reparieren. Wir nehmen das Rohr und tauschen es aus. So, nun sollte das Rohr wieder tun, wofür Rohre da sind. Hm, dann drücken wir den Hebel nach unten. Drehen am Rad. Lefty hat gesagt, dass ich irgendwas... Ja, 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 ja. Drehen am Rad. So. Und drehen wieder hoch. Ja, beim ersten Versuch direkt funktioniert. Genau wie beim Sex. Also, meistens. Okay. Lefty. Meldige Horsamst. Operation Brauerei abgeschlossen. Sehr gut. Ich muss zugeben, dass ich dir das nicht zugetraut hätte. Das ist schließlich etwas Handwerkliches. Allerdings muss sich die Rezeptur verändern. Angeblich haben ein paar Leute Durchfall vom alten Barbarenbräu bekommen. Ach was. Hier das Rezept. Diese Sachen brauche ich dafür. Wäre klasse, wenn du mir die Zutaten für das neue und verbesserte Barbarenbräu bringen könntest, Larry. Ich schaue mal, was ich auftreiben kann. Ach, äh, und Larry. Wenn du willst, kannst du gerne die Brauerei benutzen, solange sie außer Betrieb ist. Ich habe alles automatisiert. Du wirfst einfach die Zutaten rein und dann kann ich hier den Drink abfüllen. Ähm, ich komme vielleicht drauf zurück. Okay. Äh, was haben wir jetzt? Halt. Die Zutaten, die ich Lefty besorgen soll. Etwas, um den Geschmack und den Duft des Bieres zu verstärken. Etwas, um das Bier zu einem richtigen Kraftstoff zu machen. Etwas Natürliches mit vitalisierendem Effekt. Kraftstoff. Blumen. Ah, ich glaube, da fällt uns was ein. Aber nicht jetzt, sondern erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, euer Firefox. Zusehen und bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin.